Wir machen jetzt mit der Mission der Erwählte weiter. Die Braut haben wir gerade weggeknistert. Was ist denn jetzt unser Auftrag? Wir haben auch Bill Air zurück. Was ist denn hier draußen wohl los? Ich bin ja bei einem Lego-Warsachen. Das wird eigentlich bei manchmal noch Bursch rennen. Das ist ja die Frage. Du musst nicht zwangsläufig alle weghauen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gerade jetzt hast du den hier angelockt und er greift mich an, Alter. Oh, yo! Ich bin schon angelockt. Wie die weggekippt das. Und sonst wäre ich auch dafür, immer ein paar Gegner auszulassen. Auf jeden Fall. Oh, Krankenschwester. Das sieht doch gar nicht gut aus. Wir sind trotzdem sehr stumpf, ne? Also das ist... Ich habe mir da irgendwie ein bisschen mehr, so wie bei Saints Row, so ein bisschen mehr Stimmung erhofft. Was machst du da? Du musst mir nicht kuscheln, die soll sie umbringen. Ja, sorry. Die haben sich erst mal übers Gruppe genommen, ja. Ja. Alter, was ist denn das? Das ist der Bräutigam, oder? Das ist ja drin. Moin, die kannst du halt nicht durch. Mal, mal. Aber da der Stube 5 ist, tankt der auch schon ganz gut. Aller, was sind wir trainierlos? Dann fütze ich, deswegen. Ja, dann lass uns die Gegner ein bisschen umgehen, wir hauen nur noch die um, die wir im Weg stehen. Nein, das ist ja gar nicht fertig gefühlt. Ja, ne, weil, wie gesagt, wenn die Uhr wieder, wie manches Spawn ja auch noch mal. Wir müssen mich erlangen, ja. Sind das ja doch Pfacher. Ja, da stehen ja ganz schön viele auf, ja. Das ist halt lustig. Wenn du mal in die Grafik reingeschaut bist, ist schon okay, die Grafik auf jeden Fall. Die haben wir doch für uns. Ja, moin, hier ist einfach noch so ein Typ. Ja, Alter. Ja, genau. Zeit für Schusswaffen. Oh, Alter, er kommt nie bis zum Sprinter. Ich bin Jackie Chan, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Ich bin da fallen gelassen. Ich bin so ein Pop und der ist gerade rausgeflogen. Oh, oh. Ich bin da aufgesammelt, oder? Ich bin da auch der große. Das ist halt irgendwie schade, dass du nicht so irgendwie wegbucken kannst. Ja, geil. Du sprichst in einer, das sieht einfach Null an. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da weg. Und ich bin da weg. Wenn ich den Kick gäbe, fünf Schaden. Oh, wo bist du? Machst du mit? Ja, ich muss mich gerade kurz regenerieren. Ich bin gleich tot. Alter, ich bin da weg. Und ich bin da weg. Ich bin da weggekackt. Ich bin da weggekackt. Ich stünde auch respawnen, Herr. Ich wollte gerade wiederholen. Naja, das hättest du eh nicht geschafft. Naja, lass ihn erstmal ignorieren. Ich bin schon am Spawnpunkt. Mach hin! Der Dicke kommt! Er war gleich da! Was soll ich machen? Jetzt mein Bodyguard. Ey, sowas hat's schon wie die Pest. Wenn du beladest, Screen, Alter, dann noch mal eine Tast drücken, muss das weitergehen. Das ist so unnötig. Das ist ihre Nacht. Ja, ein Leid, Alter. Der LED-Band knistert durch, ja. Not in Service. Clickbait. Was ist denn hier oben los? Was ist denn hier oben los? Ja. In unserer eigenen Bude, oder? Richt da ja die Scheiben ein. Wir sind unsere Bude. Wir müssen hier durch. Ja, stimmt. Die ist verschlossen, die Tür. Ach nee. Wo geht's denn hier raus? Hier oben geht's raus. Ach, hier oben ist die Tür auf. Wir haben jetzt hier die Tür aufgemacht, alles klar. Ja. Aber hauptsache beim Ferrari brennt Licht, das war früher früher noch nicht ans Licht. Hauptsache hier oben die ganze Bude brennt. Lass durchwirfen, scheiße viel. Ey, die müssen wir aber hier vorne sind noch mehr. Sind jetzt nicht so schwer, die Boys. Los. Was ist denn hier vorne für eine Brautsche, bitte? Na, ist auch so, Malmo. Ich hab immer noch gemädigt, ich muss aufpassen, ich bin im Arsch. Ja, hier vorne so durchs Strom. Fuck, Alter. Ui, ui, da knistert er ganz schön. Woll, da strom jetzt mal auf. Ich bin tot. Ich bin am Arsch. Musst mir aufhelfen. Na, Alter, wieso kann ich dir denn jetzt aufhelfen? Alter, wer... Unser Elektro-Boy, da gibt man den Kicks. Lass laufen, lass laufen, ich schalte es sonst nicht aus, Alter. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, mich hat ja der Stromtyp angegriffen. Oh, Alter, wie die fetten... Wie die fetten Baden bloß vorbeigelaufen kommen. Belebst du mich wieder? Ja. Ich muss jetzt mal gucken, was ich mache. So, sprinten jetzt, eh. Oh, Alter, hier ist der Budi. Rennen jetzt einfach, scheiß drauf. Der Strom fuckt mich schon jetzt um mittlerweile, aber... Ich bin eher drüber gesprungen. Ne, wir müssen höher. Ne, wir müssen die Straße hoch. Naja, bin ich ja. Wer blickt denn aus dem Haus, Alter? Ja. Ach, ich glaube, es ist ein Nebengfest, oder? Können wir drüber klingeln? Ja, das geht. Hä? Bist du? Ich bin auf der anderen Seite. Bei mir ist der grüne, der gelbe Punkt hier. Okay. Ach, du, ich muss klingeln. Jetzt geht die Türe auf. Moin. Da sind wir mit mehr Anseiten rein. Na, anscheinend. Ja. Ich bin über die Poolseite reingekommen. Was ist schon rum? Ich nehme mal dein Ding an hier. Wir? Was ist das wir? Ich denke, das Überleben der Menschheit muss auf das Blut in meine Beine dependieren. Wirklich? Okay, das ist vielleicht so ein Arschluss, aber sie machen eine Impfung, und sie brauchen mich. Na, du bist jetzt die Star der Show. Bist du? Ich glaube, ich kann es alleine machen. Aber mit Sam und alle anderen hier, ich denke, wir können es tun. Wir können alle rauskommen, richtig? Keine Art, dass du Sam rauskriegst. Er hat das sehr klar gemacht. Ja, sicher, ich kann es nicht. Aber du könntest. Du kannst einfach die Emmejohn-Magie in die Arbeit. Ich bin kein totaler Ego-Maniac. Ich weiß nicht, warum du denkst, Sam würde alles für mich riskieren. Ich weiß nur, wie viel er für dich braucht. Er hat seine Chance. Hey. Da steht Sam drauf. Ja, ich weiß nicht, dass er ihn rauskriegst. Ich bin ehrlich gesagt. Das ist zu groß. Ich mache nichts bis ich mit Michael spreche. Ich bin froh, dass er seine Nase nicht in den Kopf hat. Das ist Sam. Ich finde ihn. Äh, du denkst einfach über Sam. Er schreit auf seinen Knochen. Der Klass ist bulletproof, du kennst. Sehr schön, aber wir müssen uns auch auf jeden Fall mal Medikits versorgen, weil das wird immer um die Knappe schon bis zu Null. Sind wir jetzt durch mit dem Video, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin.